Was ist das, was ist das, was ist das? Was ist das, 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 was ist das heißen müssen im deutschen vernichtungslager auf polnischem gebiet wir bitten dies zu entschuldigen hallo hier ist die betty wer ist da der honda der honda ist leider nicht dabei meine güte die haben sie 73 auf mit altem schmuck den sie nicht länger brauchen dann machen sie ihr geld zu hallo bin marcel davis ich habe drei kinder und kein geld warum kann ich nicht keine kinder haben und drei geld ich packe gerne das ist scheiße als das jetzt gegen aber es gibt auch nichts was er wirklich gut drauf hat und die anderen schwänze könnten sogar ein zirkus auftreten während meine einfach nur so herumhängt was ja 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 j ja ja Untertitelung des ZDF, 2020